Ding! Nein, hör auf! Doch, Rufi! Hallo, was ist denn los? Was ist denn passiert? Ah, ich glaube, da hast du getrunken, den tun wir ins... Na ja, den tun wir rein. Gehen wir rein. Hallo! Hallo, wie geht's Ihnen denn? Wir legen erstmal Infusion. Ja. Dann müssen wir mal Blutdruck... Ja. 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 Ja.